Diese Welt schaut ziemlich fantasievoll aus. Ach, die können alle zusammen, wenn man sich hier nochmal... Oh, jetzt hab ich aufs Ende gekriegt. Nein, ich wollte eigentlich nur die Map. Wenn ich hier auf die Map zurückgehe, dann gehört das doch hier alles zusammen. Fein. Dann spielen wir mal das erste Level und schauen... Wow! Also eigentlich ist es ja immer dasselbe, bloß mit anderen Farben. Und die ist ziemlich Farbenflur die Welt und intensiv. Da kommt... Wow! Da muss man sich erst mal orientieren, also schön schon, aber echt heavy. Gut, genau. Was haben wir hier? Wir haben hier dieser Böseblick. Kanone, der Wachtümer wird verdoppelt. Und, okay, das kann ich alles einsetzen. Grün fängt mit einer Schmiede an. Und das mache ich. Ach, der Böseblick, das neue Hämme schon gedacht. Aber, der Wachtür, ne? Oh, es geht schon los, es geht schon los. Also erstmal verdoppeln hier. Und, okay, der Wacht vряд ist, es geht schon los. Wahnsinn! Vorig! 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 Bo-dürg! ja ja ich bin ein Pferd bis ich da bin es ist wohl besser wenn ich erstmal den Wachtturm hier Entschuldigung, ähm, Ausbau also meine Überlegung von hier kann ich hier hoch ja Ok, es wäre vielleicht klug, zuerst alle drei Wachtturme zu besitzen Ach, wenn ich das hier hab, dann könnte ich hier... alles nur Spekulationen, mal schauen wie es dann in Wirklichkeit kommt einfach mal angreifen oh, sehr gut hat sie sogar schon gut orientiert hat sie sogar schon gut orientiert hoho, wie es die alle davon sprengt haben sehr gut also ich bin aber hier voll in der Verteidigungsposition, ne? alles hier hinten, das wird dann niemand so schnell angreifen hoho, 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 hoho ja, es geht ja vorwärts schick, schick oh, hoho, 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 hoho das darf natürlich nicht passieren, dass die hier die Oberhand gewinnen, äh, oder halten ja, da bin ich schon ab der Suche naja, da bin ich schon ab der Suche Und dann kann ich aber hier auch mal da dran gehen und dann... Ähm, ähm... Ähm, ähm... immer drauf und wieder gewonnen Mouni Mouni Gut, geschafft Insel 2 Ach, da muss man sich echt wieder krasses einprägen wo was ist, das ist so schwer gleich am Anfang zu sehen, da war die Eislandschaft hier echt besser Und die Musik dazu so heile Welt, Frieden und dann das Geschrei der Kollegen hier und Krieger Naja, das bis ich da hinten dahin komme höchstens hier mit dem 50er Haus vielleicht sollte ich zuerst das links probieren Sonst komme ich ja nicht mehr raus Das heißt, ich muss schnell sein Okay, die bleiben aber auch erst mal müssen sie ja fast, sonst kommen die hier nicht zu dem 30er hin Also habe ich da ein bisschen Zeit bis zum bis zum Oh, das wollte ich. Aber cool, ein Pferd ist durchgekommen. Soll ich hier mal alle schnell rein? Dann spandiert gleich weiter. Oh, ja, 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 ja. Zwei wenigstens Zeit hier, das bisschen auszubauen. Wo, ich bin jetzt eigentlich voll in der Machtposition, wenn ich hier jetzt diese Frost... Äh, diese, diese... ...Winger hier konzentriere. Also mehr fixen, das soll ich erst mal wieder hier. Oh, jetzt muss ich hier aufpassen. Kein neutrales Gebäude mehr. Hey! 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 Das war's für heute. Oh Hm, dann war ich mal jetzt systematisch alles fertig Hm? Ich bin hier auch nochmal vom Ich bin hier, ich bin hier Klar auch, ich bin hier Ich bin hier Das war's. Das war's. Ich hab's nicht gewusst. Das war's. Der Wraak hat sogar nicht gewusst. Peace.